Du kannst ja wieder vorgehen, du bist ja wieder länger drin als ich. Oh, schon kalt. Ist es kalt? Ja. Weil wir uns nicht aufgewärmt haben vielleicht. Na doch, aber eigentlich. Also das schöne Wetter, das ist trügerisch. Das Wasser ist echt richtig eisig. Oh. Ja, das habe ich gar nicht. Oh, da schaffe ich mich drei Sekunden. Atmen. Hände hoch. Ich muss wieder raus. Nur so lange wie ich es denke, ob er es gut findet. Ich finde es nicht mehr gut. Aber super, du warst richtig schön, oder? Länger als die anderen Male. Bravo. Ich glaube auch, ne? Ich glaube. Naja, es ist echt so, wenn man den gewissen Punkt überwunden hat, tut es nicht mehr so weh. Oh, wo draußen ist schön. Ich überlege, ob ich schwimme. Oh, klasse. Das ist aber echt eisig. Hier ist es tief. Wow. Das hängt sich an den Händen. Ja, ne? Ich komme auch raus. Wow, wir sind mega stolz. Die Regina hat ihren Rekord gebrochen. Ich weiß nicht, ob ich meinen gebrochen habe, aber das ist auch wirklich unerheblich, denn ich faste noch und ich bin der lieben Regina ganz dankbar, dass sie mich begleitet, dass ich heute mich wieder getraut habe, ins Wasser zu gehen. Gerne, habe ich gerne gemacht. Die Sonne ist herrlich heute, die Luft ist total warm, aber das ist trügerisch, das Wasser ist eisig, also ich habe keine, ich habe nicht so ein gutes Temperaturgefühl, aber also 5 Grad wahrscheinlich, aber sehr viel mehr ist es glaube ich nicht, oder was sagst du? Oder maximal 7. Ja, ich könnte es, also es ist auf jeden Fall, außen hat man, es ist wirklich richtig kalt gewesen. Also außen hat man gedacht, es ist wärmer, aber als man dann im Wasser war, war es doch ganz schön, hat man die Kälte gemerkt. Der Unterschied ist einfach sehr groß, die Differenz, aber herrlich, also wir sind mega glücklich. Ja super, vor allen Dingen, vor allen Dingen, was ich noch sagen wollte, was ich toll finde, dass je öfter man das macht, umso länger schafft man das. Die ersten Male waren bei mir, glaube ich, 10 Sekunden und jetzt bin ich schon bei 25, 30 Sekunden. Also es wird, man steigert sich, das finde ich toll. Danke fürs Zugucken.